Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren. Willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Valhalla auf der Playstation 4 unterwegs und wir gucken mal was hier abgeht. Wir sind Misstrauensgebiet. Wir sind auf der Suche nach Aiva und ich würde mal sagen unterwegs nehmen wir den einfach mal mit. Wild pinkeln kostet Geld Kollege. Okay den haben wir schon mal. Zeig gleich live auf Twitch Haller an alle die auf Twitch sind. Aber wo genau ist er wohl? Da oben. Gut so schnell kann es gehen. Und jetzt kommen wir so wie alte Assassinen. Mann hier einfach mal hoch und klettern. Mal wunderhübsch und wunderschön hier hoch. Erinnert mich irgendwie an den Galater Turm gerade. Liedmäßig unterwegs und hallo. Unser Lieblingscharakter. Ich sag nur ich muss pissen. Bade rechtzeitig. Wir hätten fast ohne dich angefangen. Was gibt es zu sehen? Jede menge Soldaten. Wagen fahren hinaus und hinein. Das Wiesel Burgrät ist hier ganz sicher. Das Badehaus und die Kirche. Siehst du? Ich lasse sie von einem Speer prüfen. Er sollte jeden Moment zurückkehren. Hast du Uber und Sigurd in Tempelburg getroffen? Nein. Und wenn Burgred hier ist, muss ich das auch nicht. Wir müssten vieles nicht, wenn wir Könige töten würden. Dank meines Bruders verhelfen wir ihnen stattdessen auf den Thron. Es scheint einiges zwischen euch zu stehen. Ich hätte gedacht, ihr wärt euch ähnlicher. Du und Sigurd, seid ihr immer einer Meinung? Meistens ist das der Fall. Du bist noch jung. Wenn du so alt bist wie ich, wirst du sehen, dass der Gestank größer wird, je näher ihr euch seid. Dein Speer kommt nicht wieder. Der ist entweder tot oder getürmt. Schreib ihn noch nicht ab. Wir können nicht riskieren, dass sie uns sehen und Burgred uns wieder entwischt. Du wartest hier auf den Speer und ich gehe herein. Hast du was dagegen, mein Freund? Nein? Gut ist es. Assassins-Style! Okay. Durchsuche die Kirche. Durchsuche das alte Badehaus. Also, wir müssen jetzt durchsuchen und wir sind gerade im Misstrauensgebiet, aber wir haben unsere Kapuze rüber. Dieses Mal ist das so, wenn du eine Kapuze rüber hast, wirst du nicht einfach gesichtet. Die hier haben mich schon gesichtet vor der Aufnahme, aber die haben ihr Preis bezahlt. Ah, guck mal, da ist ein Schlüssel. Wir gehen schon da rein, keine Sorge. Wir haben eine neue Fähigkeit. Und wie ihr sehen könnt, ist das eine sehr gute Fähigkeit. Eine hammergeile Fähigkeit. Das ist jetzt zwei, ne? Egal, den einen holen wir doch nicht. Also, das mit Bogen schießen, das ist nicht so gelungen. Muss ich an dieser Stelle offen und ehrlich sagen. Aber das Kämpfen, die gute alte Assassin-Manier ist am Start. Das, was der YouTube-Algorithmus nicht mag. Und zwar, Blut. Haki, Haki, Arm ab. Hallo, einmal geheime Klingel, doch nicht. Also, allein mit dieser Fähigkeit haben wir einen riesen Vorteil, muss ich an dieser Stelle sagen. Das heißt, Hündin. Weil ich bringe euch noch wikinerisch bei. Und nochmal ein hier oben drauf, mein Freund. So, na? Das tust du nicht. Ich töte dich. Sehr wahrscheinlich töte ich dich. Sonst ist ja alles gut. Wo ist der Schlüssel? Erstmal die Schlüssel nehmen. Schlüssel kann man immer gebrauchen. Schlüssel bringen guten Loot manchmal. Diese Fähigkeit haben wir zum Beispiel gefunden außerhalb der Aufnahme. Im Stream, als ich hier mit den netten Leuten unterwegs war. Da ist die Mission. Kommen wir da rein. Ah, so. Warte mal, ich brauche Loot, Junge. Hammer geil. Hast du den Verstand verloren? Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich. Ich suche nach Burgred. Du bist Iwas Speer. Ich hatte gehofft, ich könnte Burgred selbst finden und ihn zur Aufgabe überreden. Aber erst nicht in Legger Kester. Woher willst du das wissen? Leofried kam mit ein paar Männern hier vorbei und ich habe lauschen können. Hier horten sie nur die Nahrung. Und es wird noch besser. Es gibt den Befehl, mehr Männer zu Burgreds Frau, Lady Ettlesweet, zu bringen. Nach Tempelburg. Sie muss wissen, wo Burgred sich versteckt. Hörst du das? Da wird zur Schlacht gerufen. Eva. Bring mir dich schnell hier aus. Diesmal war der Schlüssel nur wahrscheinlich hier für diesen Lager. Woher willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Ach, nö. Ich hasse Leute zu verfolgen. Ihr sollt mir folgen. Ich bin die Führerin. Und die Verführerin. Nix da. Null Reaktion. Der bekommt Pfeilen in die Brust reingeschossen oder unter die Brust. In die Bauchregion. Weißt du, in die Sujuk-Region. Ach, komm. Kämpf, Junge. Warum kämpft der nicht? Ich gehe zu meinen Leuten. Junge, kämpf. Hol dein Ziel ein Schwert. Mach was. Warum macht der nichts? Wir gehen gleich drauf wieder. Ich will nicht drauf gehen. Nein, das gibt's nicht. Junge, dieses Spiel ist an der... Dieses Spiel ist an einer Stelle richtig schlecht gemacht. Und das ist beim Thema Heilen. Ich habe nur ein Heilding. Ich kann das wahrscheinlich irgendwie verbessern, indem ich meine Tasche vergrößere. Aber ich hatte bis jetzt nicht einmal die Gelegenheit dazu. Warum? Warum? Kann mir einer mal sagen, warum? Kann der Chat... Der Chat ist jetzt mal aktiv. Kann der Chat mir mal sagen, warum? So. Jetzt muss mir einer sagen, warum? Warum gehe ich immer so ganz halt drauf? Sag mir jetzt oder sag mir nie. Warum? Das gibt's doch nicht. Das... Aber die geht auch so unsympathisch drauf. Nicht in so einem epischen Kampf. Da kommt einfach einer von der Seite und macht... Bip. Und zack, bist du tot. Weil Ubisoft. Ja, die beste Antwort, die man kriegen kann. So, erstmal ihr Schlagzeug. Wegen Realismus wahrscheinlich. Ja, okay. Das hat auch wahrscheinlich einen Grund. Vielleicht mehr Ausweichkontern oder so. Ja, aber guck mal. Die Sache ist, das finde ich auch andererseits gut. Du willst alle auf einmal töten? Ja, muss ich ja. Ich muss alle auf einmal töten. Naja, ich glaube, wir müssen das wieder von neu machen. Ja. Toll. Great. I don't like this. Aber at must, at must. Und wenn es muss, dann muss es. Ich bin nicht erledigt. Du bist erledigt. Es heißt, Hündin und Führerin. So. Jetzt habe ich die Schnauze voll von euch. Jetzt habe ich alles unter Kontrolle. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem realistischen Licht auf der Playstation 4 ausschauen wird. Schnauze. Wer will denn hier entkommen? Sag mal ehrlich. Niemand will hier entkommen. Hier, dieses Lederzeug und Eisenerzeugs. Das brauchen wir immer. Schlüsse haben wir wieder. Pfeile haben wir wieder. Und jetzt gehen wir wieder mal hoch. Damit wir gleich eh wieder runter müssen. Oh, damit wir mal runter müssen. Uhu. Hast du den Verstand verloren? Ja. Ich dachte, du wärst ein Feind. Sei leise. Was machst du denn hier? Ich. Ich suche nach Burgrat. Oh. Ist Iwas Speer? Hm. Woher willst du das wissen? Leofried kam mit einem Pontes-Wertner. Ah, wir können es überspringen. Sehr schön. Jetzt wird zur Schlacht gerufen. Wer hätte das gedacht? Alle, die jetzt gerade eben auch dabei waren. Wo willst du denn hin? Ich kenne mich hier aus. Wir nehmen den Weg über den Markt. Hier lang. Hä? Warum? Ich wurde auch nicht gesichtet. Logik. Die Gegner spawnen hier. Und endlich erspawnt. Yay. Yay. Vielleicht heißt es R.I.P. Der Junge ist gestorben. Wie wir es kennen. Vielleicht sollten wir auch mal mit Schild spielen. Wir sollten mal unser Schildchen hier rausholen. Bluten. Oder kämpfen. Suchet ihr aus. So, ich benutze immer die gleiche Attacke. Aua. Waren die Assassinen schon wieder hier? Wer war das? Alles nette Menschen. Schon wieder Stüsse. Achso, ich soll mit dir sprechen. Ich renne und suche die nächsten Gegner. Alles klar. Lost Unit 91. Sag was. Ich. Ich glaube nicht. Mein Gott. Ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Sie hätten dich umgebracht, Sheolbert. Du hattest keine Wahl. Rühr dich nicht vom Fleck. Hör, Red. Ich. So. Passiert eh nichts. Wir können uns bedanken. Was ist ihr? Dank. Wo ist dein König, Sachse? Wo ist er? Herr im Himmel, bring mir Erlösung. Wann findet ihr Gott nur die Zeit, all das Gemurmel und Gejammere zu beantworten? Was hast du dir gedacht, Iva? Sheolbert hätte umkommen können. Wer bin ich, einen Jungen daran zu hindern, seine Eier zu finden? Keine Ausreden. Du hast viel zu viel Freude daran. Halt. Iva hat mich nicht geschickt. Ich wollte es selbst. Sei vorsichtig, Junge. Ehe dein Vater nicht König ist, bist du Merciers Feind, nicht sein Held. Verstehst du? Ich verstehe. Gut. Jetzt geh zurück nach Heopedun und bleib dort, bis wir dich rufen. Du gehst, Wolfsmal? Hier mag kein König sein, aber eine Menge reicher Leichen. Burgritsfrau Ethelsweed ist in Tempelburg. Ich werde herausfinden, was sie weiß. Nehmt alles!